Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Townie Makeover. Und ja, ich habe mich für diese Familie aus Inselleben entschieden. Ich glaube, dieser Sim, den wir hier gerade vor uns haben, ich werde hier nicht versuchen, diesen Namen auszusprechen, weil, naja, ich möchte nicht, dass da irgendwas gejudged wird. Deswegen, dieses Girl hier. Ich glaube, das ist sogar die Person, die als Transperson bezeichnet wird. Also, dass es eventuell sie ist. Aber ich bin mir gerade unsicher, ob sie die Transperson ist. Aber ja, auf jeden Fall, ich hatte hier große Struggles, wie ich die Sims gestalten soll. Denn ich habe nun mal sehr, sehr viel Kleidung, die sehr figurbetont ist und vor allem brustbetont ist. und die beiden Girls, dieses Paar, die sind ja Lesbian-Couple und so, die beiden Girls, die haben nicht so viele Boobies wie die meisten meiner eigenen Sims. Und deswegen war das so ein kleines bisschen ein Problem. Und ich wusste auch nicht unbedingt, ob ich denen jetzt eigentlich so viel, in der Fall sich viel Make-up geben soll, weil, ich meine, die wohnen am Strand so. Und ich habe halt viel ausprobiert über dieser Kleidung, aber irgendwie hat nichts so gut ausgesehen. In echt würde denen das safe trotzdem stehen so. Nur, I don't know, im Spiel sieht es dann immer so ein bisschen weird aus, weil die meisten Cast im Content Creator vor allem, die machen die Kleidung ja auch extra so, dass es halt für Boobies dann auch gut aussehen würde. Und wenn man halt dann keine Boobies hat, dann sieht das halt ein bisschen weird aus so. Aber es ist schon okay. Also ich bin sehr zufrieden mit diesem Look und auch mit dem Look von dem anderen Girl. Und ja, also ich denke, ich werde deren Style ganz gut getroffen haben, noch irgendwie. Also zumindest ist es das, was ich mir vorstellen kann, dass sie das so tragen würden. Ob sie es tun würden, I don't know, man weiß es natürlich nicht. Aber es ist so, wie ich mir dachte, dass das eventuell passen würde. Und vor allem fand ich das jetzt hier bei ihr ganz cool mit dem Blümchen im Haar. Ja, also ich fand es sehr, sehr schön. Und ich fand es auch schön, dass ich einfach mal quasi ihren Dutt öffne. Weil, I don't know, genau, keine Ahnung. Ich fand, das hat sie ein bisschen maskuliner gemacht, wenn die halt zusammengebunden sind. Und ich dachte so, wenn es wirklich dieses Trans-Girl ist, dann wäre es so eigentlich sinnvoller, wenn sie halt noch ein bisschen femininer aussehen würde. Und das habe ich ganz nah dran entschieden. Ja. Und bei ihr wusste ich halt auch irgendwie gar nicht, was ich genau machen wollte. Weil, I don't know, es gab so viel, was irgendwie schon so gepasst hätte und was eigentlich cute aussah. Aber irgendwie war es so nicht so das, was ich dann irgendwie doch wollte. Und deswegen, ja, ich meine, letztendlich hatte ich was ganz Cutes gefunden. Aber, ja, also ich war auch immer überlegen, ob ich einfach den Zaff auf die andere Seite packen sollte. Aber irgendwie war das ein bisschen sehr langweilig gewesen. Deswegen dachte ich so, okay, wir machen das nicht so. Ja. Und, ähm, ich habe mir nicht so viel angeguckt von der Familie. Aber, wenn es wirklich dieses Trans-Girl ist, also ich weiß ja nicht, ob es das Trans-Girl ist. Also, ne, aber auf jeden Fall, das Girl, was so ein bisschen maskuliner aussieht, die hat ja ein Kind. Und, so, und dieses Kind, ich habe ja viel neues Zeug für Kinder und Kleinkinder runtergeladen. Auch für die 100 Baby Challenge, damit nicht alle Kinder gleich aussehen. Und, ähm, ich konnte, glaube ich, ganz gut Sachen dafür nutzen. Ich bin ganz froh darüber. Ähm, das werdet ihr dann gleich sehen, so. Und, ähm, ja, also ich finde, weil ich habe mir so ein paar Videos angeguckt, wo Leute ihren CC für Kinder und Kleinkinder vorgestellt haben. Und ich so, okay, ich gehe da mit und mache alles mit. Ich brauchte das. Und, ähm, ja. To be honest, ich habe am meisten auch am längsten, also am meisten Zeit verbraucht, um das erste Girl fertig zu machen. Ich finde ihren Love By The Way richtig gut, weil ich finde dieses Kleid richtig schön. Also, das ist vielleicht sogar eines meiner Lieblingsteile von Trillique. Trillique heißt sie so? Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Aber, ich finde ihren CC ja so ihren oder seinen. Ich weiß es jetzt nicht so genau, aber ich finde den CC von der Person immer richtig, richtig schön. Und ich habe ja ganz, 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 ganz viel von der Person in meinem Spiel. Und, ja, also, ich mag den CC sehr, sehr, sehr gerne. Und ich werde ihn noch wahrscheinlich mein Leben lang und ihm spielen lassen. Und ich habe mir bei dem kleinen Boy gedacht, dass es vielleicht ganz gut wäre, wenn er diese Frisur tragen würde. Weil, keine Ahnung, so ein bisschen, wenn, wenn, wenn das erste Girl wirklich die Mutti ist, dann, you know, die hat ja Locken. Und, you know, das würde halt Sinn ergeben, wenn er auch Locken hätte, weil, wenn das so ihre Gene sind, so, you know, oder mean, so. Und, ja, auf jeden Fall, das war alles, was ich sagen wollte. Sagt mir, was ihr von dem Makeover gehalten habt, was ihr davon haltet. Deutsch! Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss!